Achtung! Das Einsatzziel wurde erobert! Saubere Arbeit Männer! Over! S-Tack! Föber ist nicht da! So, wir haben immerhin für Unterhippet, das kann ja sein, sonst brauche ich damit 4 Schüsse an den Gegner dauer! Übrigens hier wieder Jolo ist weg, C4 war verboten! Ja, okay, ich hab's grad auch erfahren von Killerschlumpf. Mensch. Aber ist er nicht schlimm. Ich wusste ja nicht, dass er in der Party war, deswegen hab ich ihn noch gekickt. Ja. Ey, mein Elm bleibt zu wünschen übrig, Mann. Ich hab nichts mehr. Was soll denn das jetzt? Ihr sterbt einfach nicht. Ich schieße euch auf den Kopf, ihr schluckt wie eure Mütter, das ist doch schrecklich. Das ist doch so schrecklich. Ich hab die ganze Zeit No Scoop mit der M98B. Ja, aber wobei das gar nicht geht normalerweise, weil du brauchst zwei Schuss mit einem Sniper auf Normal. Das sterbt, egal wie nah du ran bist. Haben sie wo hochgepatcht? Die patchen alles hoch und runter, aber wissen nicht mehr, wie ich das auf einmal fahr. Stopp, ey! Ich bin grad hinter dem gesprungenen Beglechen. Dann raus da aus dem Haus oder ich hol dich da raus. Okay. Aber es war ein Doppel, das müsst ihr zugeben. Ich war's ja im Netten. Ja. Ich hab auf Kinder schon ins Kopf gezogen und hab euch beide gekriegt. Geil, zurück zur Basis. Over. Was ist das? Alter, das müssen wir nach einem Wasser nochmal machen, ey. Das ist doch krank. Doch, ne Seewasser. Ey, das will ich noch... Ach, wir werden nochmal kurz zurückspuren. Ich werde das nochmal... ähm... angucken. Komm, geh mal mein Wasser. Ja, super! Ja, jetzt ist es. Geil! Fast 12! Ja, das war eigentlich nix gegen dich. Ich will eigentlich nur jetzt hier... Ach, geht voll drauf von der Spazgold zu werden. Haha, das ist so ein Krankenhaus. Aber hier geht's nicht so gut wie in Insekark. Ich hab Insekark auch als nächste Karte angestellt. Achtung, das Einsatzziel wurde erobern. Ich muss mal ins Wasser kommen, dann muss man mal was zeigen. Das sieht so krank aus. Wie du gestern gelacht hast. Scheiße. Wollte ich da gerade abschießen. Ui. Wie ist das? Müssen bei dir die L95... Der L95 macht dich so stark, Alter. Bei mir ist der übelst schwach. Fuck die Waffe. Da oben haus links. Weil das Ding einfach geil ist. Ja, aber... Da hast du die L85 gar nicht, oder? Alter, was soll denn man das? Du störst einfach nicht! Jolo ist weg, Digga. Du hast ja gar nichts von der EU. Ist doch geil, wir haben 98 Euro ausguckt. Mit dem Hauptakt hat die doch frei. Da war die übelst kacke. Das ist ein... Mann, 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 Mann. Wo war... Bist du hinter mich gekommen? Hab die alles eingenommen. Digi die, du Hex. Ja, Mann, die schluckt noch mehr. Achtung! Das Einsatzziel wurde erobert! Over! Ihr habt saubere Arbeit geleistet! Das müssen wir jetzt aufbauen! Oh ne, Dennis ist an! Mach weiter so, Jungs! Oh ne... Ich krieg die Points von dem nicht grad, Alter. Ich würd die Points jetzt haben. Entschuldige mir noch welche. Ja. Ah, da ihr komm! Nein, 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 nein. Wir haben das Einsatzziel verloren! Over! Wartet mal ganz kurz, mich mal nicht killen. Ich muss jemand mal was machen. Kann ich nicht für garantiieren. L85er 2, ich probier jetzt auch was. Ich lad mal kurz jemand zur Party im Spiel ein. Den Vincent. Kennst du noch? Immer diese Wappennachmacher, ey! Oh, nicht den Vincent, Alter, ne. Doch. Den kick ich sofort, wenn der auf den Server kommt. Nö. Der heißt zarte No-Face, weißt du auch, ne? Ja, ihr muss vorstellen, der Typ spricht wie, wie, keine Ahnung was, wie frech und was vergewaltigt wird. So spricht der... Warte, dann geh ich mit ihm in eine Gruppe und dann können wir gegen euch. Scheiße, wir haben das Einsatzziel verloren! Over! Ich geh aus der Party raus zu gehen, meine eigene. Tschau, ihr wisst nachher. Mhm. Mhm. Spass 12 No-12. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kannst du mich nochmal einladen, irgendwie? Ja, mach ich nochmal. Kann ich beitreten? Ja, ich trete ja bei. Ach, du trittst schon bei. Ja, nee, ich muss das runterladen, toll. Scheiß. 200 MB. 200 MB. Ja, nee, das war ja nur die Aktualisierung. Jetzt muss ich ja noch dieses extra Spielding da runterladen. Und wie viel ist das? Weiß ich noch nicht. Achtung, wir haben das Einsatzstil. Ich weiß ja noch nicht, wo ich das runterladen. Wir haben das Einsatzstil verloren. Over. Sagt, das Spiel einfach nochmal neu. Warum kommt der Patrick nicht bei dir in die... Der hat eine ganze eigene andere Party voll mit sieben Leuten. Alle, die hier im Game sind, sind gerade bei ihm in der Party. Gerade bei ihm in der Party. Und weil hier nur acht reinkommen, bin ich wieder hier zurückgekommen. Weil ich mal zu bildet habe. Weil ich mal zu bildet habe. Ach. Ja, aber... Ist doch auch ein bisschen lahm. Hast du downgeloadet wohl, ne? Wir haben jetzt die Wiese! Hm, nee. Wir haben das Einsatzstil verloren. Killer Schlumpf spielt mit der Spass 12. Was für ein Asozialer. Siehst du jetzt so eine MB-Anzahl, oder?